... uns jetzt wieder sinnvolleren Dingen zu. Eine Sendung hat ja Höhen und Tiefen. Dies hier ist eine Höhe. Ich sitze hier in 10 Meter Höhe, ungefähr vom Erdboden. So gefährlich kann das Leben eines Pop-Moderators sein. Ich sitze auf einem Turm mit Scheinwerfern. Was ist das? Ein Leuchtturm natürlich. Und schon sind wir beim nächsten Lied. Nenas neue Single. Wir präsentieren euch ja die schönsten Frauen im deutschen Pop-Musikbereich. XI hatten wir schon. Jetzt Nena. Die neue Single hat ja ein bisschen Streit ausgelöst. Was soll man nun als A-Seite auskoppeln aus der LP? Nena, Leuchtturm oder Kino? Nun hat man sich doch für Leuchtturm entschieden. Ist auch das bessere Ding. Hier ist die Nummer 34 in Deutschland. Nena mit Leuchtturm. Ich geh mit dir, wohin du willst. Auch bis ins Ende dieser Welt. Am Meer am Strand, wo Sonne scheint. Will ich mit dir alleine sein. Komm, geh mit mir in den Leuchtturm raus. Wir können die Welt von oben sehen. Ein Obo tut uns dann hier raus. Und du bist der Kapitän. Gehen wir an Bord und fahren mit. Ich tauch' den Fischen hinterher. Mach' alle Führer zum Los. Vertrauen wir uns die Zeit im Meer. Hey, ein Fest, das Uro taucht. Gleich wird die Sonne untergehen. Ich glaub, wir sind schon ziemlich weit Ich kann den Leuchtturm nicht mehr sehen Ich geh mit dir, wohin du willst Auch bis ans Ende dieser Welt Am Meer am Strand, wo Sonne scheint Willst du dir alleine sein Ja, das ist eine Frau live bei uns im Studio Nenas Leuchtturm, die Nummer 34, Neueintritt in Deutschland